Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir bei Andem und wie ihr seht habe ich es schon einmal ausprobiert, aber wir machen jetzt mal einen neuen Pilot und ja, also ich habe es noch nicht durchgespielt beim ersten Account, so Account, so Pilote nennt sich das eigentlich im Spiel, also absolut nicht durchgespielt, bin erst bei der vierten oder fünften Mission erst, also ja, und wir, schauen mal, also die ersten Sachen werde ich nicht so krass reagieren, also ich werde es schon kennen, so, ja, das habe ich schon eingestellt, Also, wenn ihr zum Beispiel solche Sachen sehen werdet, zum Beispiel das, ich mit anderen Zucker und so, das wird dann auf diesem Account sein, wo ich, also den ersten Account, das wird nur der Durchspiel-Account für YouTube sein, Okay, also nicht wundern, wenn ich ein anderes Set oder sowas habe, wenn ich streame von Andem und so, Wir machen mal die erste Mission und so durch und äh, dann schauen wir weiter, also ich glaube dann ist das die erste Folge, Wir leben in einer gefährlichen Welt Die Götter, die sie schufen, sind fort, die hinterließen Geräte, die unsere Welt ziellos neu formen Diesen alten Relikten liegt eine rätselhafte Kraft in, die Hymne der Schöpfen Doch die Hymne lässt sich nicht kontrollieren Um zu überleben, erfanden unsere Armen die Javelins Und errichteten feste Mauern Heute obliegt es einer Gruppe aufopfernder Helden Sich dem Chaos zu stellen Und für unser Überleben zu kämpfen Wir sind Freelancer Wir stürzen uns in die Gefahr Retten die Verlorenen Bezwingen Monster Und dämmen die schrecklichen Kataklysms der Hymne ein Doch Nicht alle Kataklysms sind gleich Selbst Freelancer Fürchten sich vor der unbändigen Macht der Hymne Das ist doch der größte Schlacht von dem Freelancer Stimmt, dann müssten wir wohl fliegen Hermann, hast du gehört? Ja, an alle Teams Kommt da an die Verstärker Los geht's Okay Freelancer Wir sind noch weit entfernt vom Kino Tav Und der Sturm ist schlimmer als angenommen Okay, näher kommen wir nicht an das Zentrum Ohne dass der Läufer in Stücke gerissen wird Los geht's Freelancer Anzüge an Wie verrückt wird die Sache? Keine Ahnung Hab noch nie so einen großen Kataklysm gesehen Wow Langsam, Fee Ohne unseren Kryptor überlebt das keiner von uns Passt auf euch auf da draußen Denk dran Wir sind ein Team Ich bin direkt bei dir Okay Und der Anzüge Okay Freelancer Du bist vielleicht neu, aber du wirst nicht hier, wenn du es nicht aufhörst Was ist? Wacht Alles vorbei ist? Los! Ah, ich dachte du brauchst deinen Vorsprung Okay, wir sehen uns dann mal kenn und hab Okay Okay, Leute Verhindern wir, dass dieser Kataklysm weiter wächst Und welche ist meinung? Ich weiß es nicht, egal Ich habe sollt das noch nie gesehen Ähm, eigentlich der ältere Haupt Was der Logo auch ist Ist der Der von Herz des Zornes ist nichts anderes als eine weitere Gestalter-Ruine Es ist nur größer Das ist unser Job Also gehen wir rein und nehmen es mit dir Gruselkreaturen auf, die es uns entgegenspuckt Und zähmen das Ding Zusammen Oh, okay Let's go Bereit, Chavelin 1 Bereit Allein stark Eins am stärker Aha Okay Also von den allen Rüstungen gefällt mir diese am besten Ich habe jetzt auch, äh, bei Zertergården eine eigene Lüste, was man, äh, selbst, so gesagt, erstellen muss Und, der gefällt mir, was war es, was ich eigentlich so zerstellen, äh, gestert habe Der Sturm wird schlimmer. Ich versuche eine ruhige Zone zu finden. Sagt Himmela, deine Herzfrequenz ist zu hoch. Allein, bitte melden Abzutoren, Baby Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich Wuhu Habe ich Team, unser Grünschnabel ist an einen Weib angeraden Okay Okay Freelancer, du hast überlegt, aber dein Gentleman braucht einen Neustart Ich fahre die Systeme wieder hoch Initiiere Stimmerkennung Okay, männliche oder weibliche Stimme, also, männliche, wundertprozentig Faye? Faye, kannst du mich hören? Einwandfrei Das war ein übler Sturz, wie geht's dir? Erinnerst du dich an die Mission? Ich glaube schon Wo bin ich? Du bist in einem Katakrysm, einem starken Sturm, das Herz des Zorbs Du musst ihn in seinem Mittelpunkt beruhigen, indem du den Kino-Tarf eindämmst Okay Wenn der Sturm so schlimm ist Du hast einen ziemlichen Anstieg vor dir, um aufzuschließen Halleck? Ja? Er ist auf den Weiten und unterwegs zu euch Wie sieht es aus bei dir? Voraussichtliche Ankunftszeit? Keine Ahnung Faye? Nicht mehr weit, nur noch Oh, nein Entschuldigung, kann nicht reden Gleich wieder da Was ist los? Dein Anzug ist immer noch kritisch Schnapp dir ein Reparatur-Kit, wenn du kannst Gut Jetzt hast du wenigstens Teileanträgen Boah, okay Schnell laufen im Start Team, der Kryptoverläufer 2 ist raus Komatös Ich bin unterwegs Dranbleiben, Leute Das ist meine spezielle Möglichkeit, dass ich zu mir auf die Gegend schießen kann, aber es war eigentlich gesagt, dass ich auf die Gegend schießen konnte ich jetzt nicht einsetzen Also konnte es aber ich komme nicht schießen Aber ich höre sie auf Oh, der Junge auch nicht Oh, der Junge, ne? Halt? Oh, shit Was zum... Hey, Miller Ich hab deinen Zitanen gefunden Dieser Kette Klissmehr schafft sie massenreißer Faye? Bist du noch da? Ja Da sind Freelancer außer Gefecht voraus Sie senden Notsignale aus Das sind die von Läufer 2 Ihre Jevelins müssen repariert werden Bring sie in Bewegung Okay, wo sind die anderen? Nein Alle aufgeladen Ich hab dich Freelancer Und das Geile ist, wenn jemand also da auch von euch das Spiel hat Dann können wir einmal mal so eine Community machen, weil... Man kann natürlich ähm... also multiplayer Kämpf dich weiter zu deinem Team vor Wie lang? Welche Richtung? Ich hab oben auf der Brücke einen Zitan Lass ihn dort! Wir haben hier oben auch rein Sie sind immer los Ich muss außen herum gehen Wolland Faye? Hey! Oh, oh Vergiss es! Der Zitan hier hat gerade die Wand durchbrochen Jetzt hab ich eine Abkürzung Wir brauchen wirklich deine Hilfe! Ja, alles klar! Ich bin unterwegs! Wie nah bin ich weg? Hey! Warte her! Geh auf seine Linke! Die Hymne! Sie will mich aufnehmen! Sie will mir zeigen! Hey! Reiß dich zusammen! Was hast du vor uns? Oh! Tut mir leid! Ähm... Das ganze Team von 93 ist weg! Okay... Okay... So... Okay... Ähm... Ich hab's vergessen, was ich ähm... Dürgen habe halt... Weil... ... 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 Okay, ich bleib noch. Also muss ich das wieder arbeiten. Lernen. Shit. Also muss ich... also... Ich glaube... Tut. Wir müssen hier raus. Nein. Wir müssen weiter. Wir sind das Einzige übrig. Fink an Miller unter der. All die anderen. Sei kein Feindling. Ich bin kein Feindling. Nein. Du willst weiter voran, bis ich tot bin? Bis wir beide tot sind? Okay. Okay, er war nicht der Einzige. Also... Au, was war denn das jetzt? Ja. Das war so gesagt der Einspiel. Also... Womit die Freelancer... Also... Womit der Menschheit, äh... Nicht mal der Freelancer und den... Javelier glaubte. Jetzt wird das gleich erklärt. Beim Versuch, das Herz des Zorns einzudämmen, verloren wir mehr als nur Freelancer, Freunde und Kameraden. Wir verloren das Vertrauen der Menschen. Die Freelancer gingen fort, um sich woanders verdient zu machen. Die wenigen, die blieben, kämpfen. Suchten neue Verbündete. Sie versuchten Menschen zu helfen. Und dann, wir sind da leider der Freelancer. Ja, gib die Müssen. Ja, gib die Müssen. Oh, nur nicht so bescheiden. Ich kenne keinen besseren Freelancer als dich. Ein Wunder, kommen wir von uns übrig. Das verlierst nicht weit weg von dir. Leichter Auftrag bisher. Ja, ich fäll dich am Leben. Jeden Monat den Zorn zu überprüfen, würde ich nicht unbedingt Leben nehmen. Ah, 3% Witches. Das ist nicht gerade das Motto der Freelancer. Naja, bis die Freelancer wieder auf den Beinen sind, können wir bestens wunderschöne Aufsicht genießen. Herumzufliegen ist sogar noch toller. Jetzt bin ich neidisch, weil ich hier im Forum hocken muss. Da ist das Verlet. Es muss neu gestartet werden. Damit müsste das Frühwarnsystem wieder funktionieren. Okay, das war's. Jetzt musst du die Sensoren manuell überprüfen. Der erste ist ganz in der Nähe. Ah, nimm lieber ein paar Vorräte mit. Das dürfte nützlich sein. Ich gehe in die Schlucht. Ja, das sind ein Stoppeln. Ich weiß es nicht genau. Ja, das sind ein Stoppeln. Ich weiß es nicht genau. Ich habe einen frischen Freelancer hier zwischen den Beißern. Tja, heute haben sie Peck. Haha, sag das denen mal. Halt den Tor. Ich habe immer noch keine Daten. Wow. Ich bin nicht mal rausgerannt. Also da oben seht ihr, da oben rechts, seht ihr, wie gut das Signal ist. Und der Scan. Also wie vor dem schon gescannt wurde. So. 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 Dann, erst mal den nächsten Sensor. Überdrückt das mal für mich, ok? Ist wieder so was? Warte dort bis ich Mess-Werte habe. Warte dort bis ich Mess-Werte habe. Wir machen keine Spur von Skorpedon. Die sind dort aggressiv. Ok. Oh, und was ist hier los? Wieso hauen die Vögel da? Ich arbeite dran. Hä, ja. Ich habe Messwerte. Nicht gut. Mögliche Gestalterenergie entdeckt. Auf zum nächsten Set. Wir können das eingrenzen. Vögel hatten vielleicht die richtige Idee. Oh, und wie schlimm könnte das hier werden? Du warst doch im Herz des Zorns, oder nicht? Keine gute Erinnerung. Siehst du die Ruinen? Man erzählt sich, dass ein Gestalter-Velikt die Schwerkraft einen Tag lang umgekehrt hat. Naja, nicht so lange ich Schicht habe. Oh, shit. So. Der letzte Sensor ist in der Nähe. Von Wyvern und Kreist. Ich sehe sie, diese Feuerspucker. Die brauchen immer noch eine Messung. Ja, die können die Feuerspucker. Gib mir kurz Zeit für eine Messung. Aufgepasst. Du hast noch mehr Wyvern am Hals. Heute haben wir recht alle, muss erlauben. Das könnte ihr gut gebildet sein. Ja, das war's. Heiß, heiß, heiß. Halt durch. Ein bisschen Hitze hält dein Gemini aus. Kurz jedenfalls. Und dann? Ähm. Das siehst du dann. Das hat noch nicht gereicht, aber irgendwie. Warum können die Dinger fliegen und Feuerspucker? Das ist doch ein Quer. Ist halt die Brut von einem fiesen Gestalter erlebt. Die Welt ist ein verrückter Zoo. Die Gestalter hatten jede Menge Trex auf Lager. Lass du aber auf. Nutze dein gesamtes Arsenal. Hartmäckig sind sie. Das muss man ihnen lassen. Ärgert man einen Wyvern, stirbt einer von beiden. Oder wird gebrillt. Oh, Mist. Was? Die Gestalter-Energie liegt außerhalb der Skala. Irgendwo hier ist ein instabiles Relikt. Ein ganz junges. Ich habe eine ungefähre Position. Schon dabei. Okay. Okay. Was? Pfft. Scheiße. Waserdichte Versiegelung hält. Soll ich noch mehr Freelancer rufen? Keine Zeit. Wir können nicht riskieren, dass das schlimmer wird. Okay. Gestalter-Ruinen. Wir sind auf der richtigen Spur. Scheint, als müssten wir das mit Echos öffnen. So was hatte ich schon mal zu tun. Okay, Echos. Echos sind so welche Leuchtendinger, was man einsammeln muss. Einfach nur rüberknüpft. Ein Fragment der Hymnen-Energie ist auf Abwege geraten. Und, ja, weil man kann nur drei Leutern tragen. Ein Melancholik aus dem Weg aus. Dein Anzug kann nur drei gleichzeitig tragen. Bring dich hier zur Tür. Und dann muss man das hier einsetzen. Das funktioniert so. Obwohl dir nur ein Machenist sagen kann, doch rum. Du brauchst noch mehr Echos. Ich kenne schon alle Positionen, weil ich diesen Level schon jemanden habe. Deswegen kenne ich halt den. Ich fliege gegen einen. Ich weiß, dass das nicht da war. Ich weiß, dass das nicht da war. Ich weiß, dass das nicht da war. Was soll das? Okay, ich werde das nicht mehr sehen. Okay, ich werde das nicht mehr sehen. Ich habe das nicht mehr gesehen. Bisschen? Nein. Hä? Ein Echo hat sich versteckt. Ach so, da. Okay. Okay. Haltet mein Kontroll. Äh, okay. Nachricht erledigt. Was ist das hier? Äh, okay. Nachricht erledigt. Vorsicht! Wenn du zu viel davon kassierst, wirst du überladen. Verdammt! Javelin ist überladen. Moment. Ah! Ah, pass auf! Ich habe die Kontrolle verloren. Ich versuche einen Neustart. Halt durch! Oh! Gut. Ist nur Wasser. Kontrolle wieder hergestellt. Du bist wieder im Spiel. So. Da oben ist das Relikt. Ganz schön tropes. Du musst es eindämmen. Wo fange ich ab? Einige Echoes haben sich gelöst. Finde sie und bring sie wieder an ihren Platz. Wieder Echoes? Was? Du weißt, wie es läuft. Du brauchst noch mehr. Wasser? Also da war das Unterwasser. Okay. Ich wusste, dass eins Unterwasser ist, aber ich wusste nicht welches. Was macht das Relikt? Kann ich nicht sagen. Aber die Energieansammlung wächst. Etwas bildet sich da drin. Und was genau? Alles ist möglich. Sieh dir die Wasserfelder an. Sie fließen rückwärts. Was? Leute. Das ist so. Hä? 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 Es funktioniert. Hol weiter Echos ran und wir bringen die Energieblase zum Platzen. Stell dir nur vor, die Hymne wird hier drin nutzbar gemacht. Pure Schöpfung. Die Erschaffung von etwas völlig Neuem. Neu und gefährlich. Daran sind die Gestalter schuld. Es ist trotzdem umwerfend. Na. Das letzte Echo. Du hast es geschafft. Das sollte es sein denn. Es ist auseinander geflogen. Okay. Kontakt. Es geht los. Du hast gesichert. Hä? 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 Ja, ich arbeite noch dran. Die Gestalter-Energie steigt immer noch an. Das ist nur das Aufwärmprogramm für einen Kataklyzen. Fühlt sich nicht nach Aufwärmprogramm an. Ich hab noch gesagt, es ist alles möglich. Aber du musst da durchpartnern. Sonst wird es noch viel schlimmer. Oh Gott. Und alles gesichert dauert. Gut. Ich glaube, wir könnten es noch aufhalten. Die Deliktfragmente, die rausgeflogen sind. Schlapp sie dir und setz sie wieder zusammen. Ah. Zusätzlicher Spaßfaktor. Es ist noch mehr Gesellschaft unterwegs. Ich hab eins. Bring es jetzt rüber an seinen Platz. Das Fragment ist drin. Jetzt die A. Ach so weit. Du überlebst das Ganze. Okay, man muss A drücken. Dann wird noch rausgeflogen kommen. Also aus dem Eis verdient. An alten Formen. Ein flexibel. Immer in Bewegung dann. Oh, und da drin knurrt irgendwas. Etwas biologisches. Mir kann ich nichts mit Sicherheit sagen. Oh, und was passiert da drin? Das etwas hat Zähne. Eine ganze Menge. Beeil dich. Fett. Wie viele Zähne. Größe ist das wahre Problem. Das heißt? Groß. Beachtlich. Mach hin. Okay. Okay. Dann los. Vorsicht. Alles ist möglich. Ich weiß. Ich weiß. Ein Relikt soll mal einen Typen in Luft aufgelöst haben. Er ist spurlos verschwunden. Der hatte weniger Glück, als der Freelancer, dessen Eingeweide umgestürmt wurden. Das nennst du Glück? Für den was wenigstens sinnbildlich vorbei ist. Sammerz. Wie immer. Unlösbare Rätsel hieben. Wofür gestaltet sind. Im Eis blockiert hier alles. Okay. Das ist. Oh. Ja. Ich höre. Man könnte jetzt denken, dass es im letzten Moment halt ... ... ... ... ... Warte. Also explodiert. wenigstens habe ich jetzt eine neue Geschichte. Damals als ein witziger Ostsegs aus einem Blickkram und dich fast verschlungen hat. Ja, ein zeitloser Klassiker. Zusammen ist der Auftrag wohl erledigt. Ja. Zurück nach Fort Horses. Das war gute Arbeit. So muss es laufen. Ich bin unterwegs. Also genau deswegen gefällt mir einfach, weil es so ein bisschen... Mein Lieblingscharakter ist Iron Man von Marvel und es ist so wie ein Iron Man ein bisschen. Deswegen gefällt es mir auch noch. Und weil es einfach gegen Monster ist und mit Waffen hat... Ja. Weg gefällt es nicht. Außer die keine Waffen, keine Monster und sowas. Das ist nicht möglich. Okay. Viele gute Level. Was möchte ich herstellen? Also man kann sich auswählen, was man sich herstellen will. So, das brauche ich nicht. Also nicht herstellen, sondern ähm, wirklich. Ich lebe es auf. Stell dir vor, wie gut schon der Zähne immer wieder schnell auf dich zukommen. Du wirst ein Nein, warum dich von dir? Du denkst doch deine weitergelegten Bist. Du greif dich von hinten an. Das Hohle rückt immer näher. Und du betest... Also betest zu den Gestaltern, dass dein Jawellen weit genug heruntergequillt ist, um aus diesem Albtraum herauszufliegen. Doch, sie sind überall Wölfen, Wölfen in der Fensternis. Okay. Also das ist der Ort, wo der Jawellen gerade ist. Also unsere. Jawellen. Man kann sich jetzt aussuchen. Wie man aussehen will. Okay, man kann sich den Namen machen. Nennen wir uns... Wie sollen wir uns nennen? Benze... So... Ich würde mal... Benze... Off... Oder sollen wir uns... Ich weiß schon was, Jan... Wir nennen wir uns... Bei uns, bei ZBAGF, so warte, so, 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 nice, und dann heißt der andere Account, wo ich immer bin bei ZBAGF, nice, und das heißt dann, ZBAG-YouTuber, okay. Ah, nice, und Leute, ich würde mal sagen, wir beenden mal jetzt den, äh, Enden-Video, und, äh, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, und, äh, würde mal sagen, also, blö, und abonniert, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, und ja, ciao!